Ich habe hier gerade ein Problem. Jetzt nicht mehr. Oh nein. Ich wollte doch nur essen. Verdammt. Nein, ich kann mir nicht mehr in Ruhe zum Essen gehen. Nein. Warum hat man diese Art Messer in der offenen Küche? In der Knastküche. In der offene Knastküche. Ja, gut. Kontrollator, lass mich dich schlagen. Komm, komm, komm! Wo gehst du? Äh, verdammt. Naja, ich habe dich in Korn. Sei vergabt. Ich habe dich in Korn. Ich habe dich in Korn. Ich habe dich in Korn. Äh, ich habe dich in Korn. Komm, komm! Ich habe dich in Korn. Ich habe dich in Korn. Ja, komm, komm! Komm, komm, wo willst du? Wer will zu sterben? Du? Ja, komm! Gott! Komm, komm! Komm, komm! Oh, scheiße. Mein Polizisten hat gestochen. Ja, er hat gerade einen Polizisten abgestochen. Ich glaube, der ist jetzt erstmal weg. Der hat kein fröhliches Leben mehr im Knast. Der hat gar kein Leben mehr. Weißt, wie? Weißt, was in den USA passiert, wenn du den Kopf abstichst? Ja. Dann bist du tot. Ja. Scheiße. Ich liebe diese Sachen. Hast du nicht die schlechte Dinge, die hier zu beschäftigen? Ja, 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 danke. Hey. 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 Ich bin Leo. Vincent. Hör, danke. Ich werde es nicht erwähnen. Ich werde es nicht erwähnen. Was ist mit diesem Mann? Ah, ich würde sagen, es ist eine lange Geschichte. Ich werde es nicht erwähnen. Aber nicht über ihn. Er ist aus der Bildung jetzt. Kannst du mich ein favorit? Wie? Es gibt etwas, was ich brauche. Was ist das genau? Nichts, Mann. Es ist einfach. Ich brauche nur, dass du mir bemerkst, während ich es verstehe. Das ist alles. Entschuldigung. Ich bin nicht interessiert. Weißt du was? Ich werde es selbst machen. W-w-w-w-w-w-wait. Was? Du kannst nicht einfach raus aus hier. Natürlich kann ich nicht. Wir werden beide in der Halle enden. Ich habe keine Wahl. Okay, okay. Ich werde dir helfen. Nur nicht aufhörst. Okay. Bleib deine Augen scharf. Ja. Wir brechen also aus. Hi, Nadel. Okay. Ich werde die Juristin gestalten. Seid einfach für sie. Okay. Wir beginnen unseren Ausbruchplan. Okay? Dachchen. Dachchen. Wir haben eine Inmeid auf der Runde. Wie hast du das versaut? Ich bin doch nur zu dir. Ich wollte nur meinen... Diese Krankenschwester. Alter. Ich wollte nur meinen Liubild besuchen. Das ist hier meine Fresse. Ja. Du musst jetzt erstmal da raus. Und ich hinter der Ecke verstecken. Ja, genau. Genau da. Und jetzt lenke ich sie ab. Wenn sie vorbei geht, kannst du... Da lang. Jetzt kannst du. Geh. Äh, ich versuche ja. Ähm. Kannst du es mit Q abbrechen? So, ja. So. Halt sie hin. Äh, ich habe hier ein anderes Problem. Du! Was machst du? Ja. Ja. Ja, man muss... Äh. Okay. Die Kompetenz geht wieder los. So, check die Punkte. So, ich versuche es so lange wie möglich rauszuzögern, die Antwort. Eto. Kann ich ein bisschen Wasser haben, bitte? Ja. Danke. Ja. Jetzt geh schon und ho... Ich geh ja schon. Und er sieht mich, wie ich da durchsteiche. Natürlich nicht. Das ist mein Job. Es ist heiß. Schau, was du mir gemacht hast. Ja, jetzt mach. Ich mache. Kannst du den Typen da auch noch ablenken? Den Handwerker, oder? Stain wird nie rauskommen. Ich weiß es nicht. Ah, ja. Ah, okay. Er hat es nicht mitbekommen. Und will dem Handwerker wirklich nichts tun. Der ist hier komplett entschuldig. Nichts anderes? Ah, er ist jetzt weg. Zum Betzdrück gehen. Okay. Halt sie hin. Ja. Ich habe diesen schrecklichen Schmerz. Ich brauche etwas dafür. Welches Schmerz? Halt sie weiter hin. Ja, ich habe diesen schmerzenden Schmerz. Ich meine, es ist nur... Ich sehe hier Flasche. Ist es etwas, was du mitbekommen kannst? Ich kann es auch noch hin. Es klingt wirklich. Ich hänge hinter der Tür. Verdammt. Ich gebe dir ein paar Pfeile und Wasser. Okay, ich habe es verstanden. Alles klar. Ich habe nicht mal gelogen. Ich habe nicht darauf aufgepasst, was du... ... und was du gesagt hast. Ich wollte Wasser und... und Aspirin. Ah, okay. Hey, was hast du mitbekommen? Nichts. Let's move. Ja, sicher. Ich habe eine Pfeile versteckt. Also... Gute. Ja. Eine, mit dem man den Stall übrigens beim Pfeilen noch härter macht. Okay. Ja. Das ist was, was du in der Berufsschule bei uns gelernt hast. Ja, gut. Ich bin kein... ...Mitteil... ...Typ. Ja, ich schon. Du machst den Stahl dadurch nur härter. Wie auch immer die das hingekriegt haben. Ja, was ist dein Plan? Entschuldigung? Ich weiß, worüber du bist. Ich weiß nicht, worüber du sprichst. Ich weiß nicht mehr. Komm schon. Schau. Ich empfehle, was du da gemacht hast. Aber du musst es auch anders benutzen. Hey, was? Ich bin sicher, dass du gute Gründe hast, um rauszukommen. Aber ich muss auch rauszukommen. Ja? Nicht mein Problem. Ich versuche meine Hilfe hier. Ey, du wißt du was? Ich brauche deine Hilfe. Ich kann es mir selber. Ja? Wie du in der Infirmary da hinten gemacht hast? Du willst du lustig sein? Nein, ich bin nicht. Entschuldigung. Ich bin ziemlich in auf das. Ich versuche dich zu verstehen, dass du wirklich kannst meine Hilfe. Wie ich sagte. Ich kann es mir selber. ich bin einiger. Woher weißt du von Harvey? Wer dieser Mann ist, scheinbar schon. Offensichtlich, aber ich weiß es nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass unsere Chancen viel besser wären, wenn wir zusammenarbeiten. Und du weißt das. Aha. Ich will hier raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will hier ausbrechen. Ich weiß es nicht. Es ist doch ganz schön hier. Ich finde übrigens ganz schön, die, 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 die Leiste, die Not-unangeblendet wird, die, die Internet, die Verbindungsanleiste, die bei mir. Ja, die stört überhaupt nicht, oder so. Die bei mir wackelt, als wäre es, als wäre es irgendwie, als wäre es ein Geräuschpegel. Ja. Das stört überhaupt nicht. Ich glaube, ich werde es im Schnitt einfach, mit deinem Schnitt einfach ein schwarzes Feld drüber reden. Nee, lass mal. Ich meine es, Mann. Das ist ja sowieso immer nur dann da, wenn das schwarz da ist. Kann man verstecken. Ja, das ist ja doch Aufwand. Nö. A way out. Ja, das war dann das Spiel. Ähm, nächste Woche machen wir dann das nächste. Ja. Das war dann die Funkgeschichte, würde ich sagen. Ja. Jetzt geht es jetzt richtig los. Oh, wir sind frei. Das war dann. Ja. Ich will das. Ich hab dich rausgekommen, nicht? Ich hab dich rausgekommen, nicht? Was bedeutet, dass du mich rausgekommen hast? Wir sind rausgekommen. Ja. 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 Das war das. Ja. 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 Ich werde gleich zurück, Leute. Was ist denn, Leo? Ich muss auf dem Ruf gehen. Kannst du es passieren? Es wird dir kostenlos. Du weißt, ich bin gut für's. Geh mir einfach da. Die Pfeile. Ein epischer Zoom. Hey, Fred. Alles gut. Was willst du? Wir haben ein paar Arbeitnehmer hier. Wir brauchen eine Veränderung. Entschuldigung, wir sind voll. Ich bin sicher, wir können etwas herausfinden, oder? Ich glaube, wir können hier ein paar extra Hände benutzen. Was ist hier? Aha. Das Dach. Pulsdach muss man aber machen. Wir haben nicht alle Tage. Aber wir sind gerade hier. Hey. Siehst du da? Ja. Wir müssen da irgendwie rauskommen. Okay. Du machst es schon sauber? Komm schon, Leo. Ich habe nicht alle Tage. Sicher. Gib mir ein bisschen Zeit. Wo ist das Ding denn? Da. Und wie in die Hölle gehst du da? Das werden wir schon irgendwie kriegen. Ich muss nur auf den Regier. Dann werden wir da in keinem Zeitpunkt bleiben. Ja? Und wie? Jetzt werden wir das tun. Ich habe es nicht. Das ist sicher. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich werde es sich um. Ich werde es sich um. Du putzt da schön. Hey. Was wissen Sie über die Regierungen hier? Was bedeutet das? Du weißt, wenn sie Freizeit und so. Sie sind nicht wirklich. Sie sind immer ein Blick. Warum? Wie kann ich das Ding brechen? Keine Ahnung. Ich mag einfach nicht die Regierungen so viel. Ja, Holmes. Ich weiß genau was du meinst. Besonders dieser hier oben. Er sieht wie ein schrecklich. Sie sind alle schrecklich. Sie sind alle schrecklich. Ich habe das. Ich habe das. Es sieht wie ein hartes Arbeit hier. Nein. Er ist nicht so schlimm. Was sprachst du? Es ist hier so heiß wie hell. Und die Tarte macht es schwer zu schreien. Ja, aber es ist schön draußen zu sein. Besonders... Tarte. Ich höre, dass ich mich alle sagen habe. Und du machst immer was du nicht machst. Du hast es. Du hast es. Das kostet. Geld wird dir hier nicht helfen. Der einzige Weg nach dem Wardens Office. Ey. Was machst du? Es wird sich durch den Mann selbst getroffen. Ich denke, du hast einen Weg gefunden. Geh zurück zu uns. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Sehr viel. Es wird lange dauern. Du hast den Weg, Noobie. Oh Gott, verdammt. Nicht wieder. Nein. Das ist Ter. Ja, das ist Ter. Wenn ich jetzt reingetreten bin. Ja, das ist Ter. Wollen wir mal. Kann man jetzt die Scheiße brechen? Mit der rechten Monsters? Maybe. Habe ich schon versucht. Mit E? Mit Q? Ne, mit Q brechen wir ab. Hey Mann. Es sieht aus, wie du einen Platz verloren hast. Ja. Sieht aus, wie ich es habe. Danke. Du bist willkommen. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich noch nie gesehen. Ist das nicht hier arbeiten? Ist das eine Idee, wo wir ein Messer kriegen? Ja, das ist meine erste. Und von Gott, ich hoffe, es ist die letzte. Vertraue mich. Ich habe jeden Job in diesem Stamm versucht. Und das ist von weitem der beste. Die Sicht ist wirklich. Wirklich? 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 Die Scheiße ist überall. Ja, du musst auf das Dach. Ich muss irgendwie eine Ablenkung machen. Aber ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich müssen wir das Ding hier kaputt brechen. Aber wir wissen nicht. Wie? Okay. Wie machst du es? Geh in die Nähe von dem Dach. Bitte. Ach so. Du machst das. Sekunde. Welches da? Ich mach das. Ich mach das. Eventuell hier. Mach einfach mal. Hey, Guard. Meine Brüche hat gerade kaputt. Nun, nicht nur stand da. Krieg eine neue. Okay. Ich muss ja hier irgendwie hoch. Das ist das Ding, wo es hin muss. Und die hier. Du. Was machst du? Das muss ja irgendwie anschregen, um da hochzukommen. Du. Was machst du? Geh zurück zum Wark. Hey, meine Brüche ist kaputt. Bleib hier, Junge. Wir haben nicht mehr Zeit. Okay. Moment. Ich lehne. Geh meine Hand. Okay. Warte. Geh. 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 Du. Was machst du? Nichts. Nur, äh. Schau dich um. Ich hab dich in die Brüche. Hier. Sicher. Jetzt geh zurück zum Wark. Ja. Nein. Du musst, du musst das Zeug machen. Okay. Ich schläge mich hier durch. Sind hier Wachen, die auf mich gerichtet sind? Ich höre den Mann, der weiß, wie die Sachen hier rauskommt. Dann wisch mal. Ich brauche das Zeug. Ich brauche einen Meißel, um hier reinzukommen. Du kriegst einen Meißel her. Ja. Hier. Sag mal, passt du in die Zwischensequenz eigentlich auf, oder? Nicht wirklich. Ja, das ist das Problem bei einem Spiel, das 90% aus Zwischensequenzen besteht. Du musst da auf das Dach. Die Leiter hoch. Geh zurück. Ich war da aber schon. Geh zurück. Und dann hoch. Aha. Genau da vor dir. Da ist eine Leiter nach oben. Wenn du ihm auch nur ansatzweise aufgepasst hättest, wüsstest du, dass du da hoch musst. Ah, ja. Und jetzt da, da hast du einen Meißel. Aber das ist kein Meißel. Das ist ein Meißel. Das ist ein Meißel. Ah, okay. Sieht mir wie eine Feile aus. Das ist ein Meißel. Hast du in deinem Leben schon mal einen Meißel gesehen? Einen echten? Ja, das ist ein Spitzes... Das ist ein Spitzes... Das ist ein Spitzes Ding mit einem... Mit einem... Sieht aus wie ein Nagel. Mit einem... Nein. Das, was du beschreibst, ist ein großer Nagel. Das... Und jetzt gehst... Fuck. Die Garde ist in diesem Weg. Du musst den Garde ablenken. Du musst den Garde ablenken. Äh, ja. Der sieht wie sonst, wenn ich hier rüberlaufe. Und dann geht's hier. Ja. Hey, kann ich dir etwas fragen? Was ist los? Schau. Ist nicht wie ein Spitzes Garde... fast wie ein Spitzes? Ich meine, du bist hier... ... alle Zeit. Ich kann nicht. Du bist ein smarter Mann. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Kuh vielleicht? Ja, Kuh ist es. Ja, natürlich. Du musst dich auch nicht in die Ecke verstecken, wenn es nicht nötig ist. Manchmal sind sie weg. Wenn du weißt, was ich meine. Es ist leicht, wenn du ein Garde hier bist. Was war das? Das Ding. Ich lasse dich alleine. Ja. Wie kommst du jetzt raus? Überhaupt nicht. Du musst die Ablenkung wieder finden. wieder raus. Okay, wir müssen dich auch raus holen. So, meistens zu Fred bringen. Wieso musst du mich raus holen? Äh, ich wische. Vincent. Halt mich raus. Warte. Ich werde den Lock für dich brechen. Wieso komme ich das will. Wieso komme ich das will? Na toll. Okay, halt den Weißel. Und wo? Wozu die Aktion? Du kannst es schon sehen. Du hast ganz sicher einen Plan. Aha. Ich habe ja so einen Plan. Du behauptest, einen Plan zu haben. Und dass man nicht Fred ist. Hallo Fred? Ich habe etwas spezielles für dich zu lesen. Ich hoffe, du magst es. Sicher, ich werde. So viel zum Thema. Die Verurteilten. Aus der Zelle kommen. Aha. Ich schaue mich um. Entschuldigung. Was? Ich kann nicht schlafen. Hast du ein Buch, das ich lesen kann? Was sehe ich als Librariker? Geh zum Schlafen. Hey, was machst du, du verdammt? Stopp das jetzt! Entschuldigung, was? Entschuldigung. Ich bin freundlich. Könnte ich ein paar Übersetzungen haben? Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Hey, was machst du? Hey, was machst du? Du verdammt. Du musst nur den Kuh drücken. Du musst nur den Kuh drücken. Du musst nur den Kuh drücken. Du musst dann den Kuh drücken. So. Ausschau halten. Ja, fang schon mal an. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist es morgen eine Besitzungszeit? Nein. Sind Sie sicher? Ja, geh zum Schlafen. Ja, jetzt. Eine Schraube. Was machst du dieses Kuh drücken? Stopp mit meinen Kuh drücken, Mann. Ich mache nichts mehr. Dann können Sie die Schlaube gehen. Okay, scheint sicher. Ich bin jetzt hier. Jaa, er kommt wieder in Richtung. Denk ihn ab. Versuch hier. Ja, brich ab, 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 brich ab. Was sehe ich als Librarian? Geh zu schlafen. Geh ins Bett, Maid. Es ist Zeit. Lass mich allein. Du! Geh ins Bett! Ja, Herr. Es wird nur eine Leak nehmen. Es ist auch Schwarz. Das mache ich gerade. Ja, es ist zwar sau dämlich und ich verstehe die Konstruktion von dieser Toilette nicht, aber... Kommt jemand! Vorsicht! Abbrechen! Ich bin schon wie am Gitter. Sorry, es ist wirklich... ...wirklich mies, diese Nächte. Hier im Knast. Man kann echt nicht schlafen. Das ist echt. Ich kann nicht auf Wasser. Ich kann nicht auf Wasser. Ich kann nicht auf Wasser. So. Wieder frei. Ja. So. Wegschieben. Und weiter. Okay, ich bin fertig. Hey! Geh weg und ich gebe dir die Tür. Sie sind beide weg oder... ...kann ich mich durchfahren oder... ...jedenfalls... Du musst... Du musst mir das Ding geben. Ach, weißt du... Jetzt musst du machen. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Okay. Du musst mich dann warnen. Alles klar. Du musst mich dann warnen. Guten Abend Herr Officer. Geh ins Bett. Geh ins Bett, Inmate. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Ich kann dieses berühmte im Stehen schlafen. Na, auf Wasser. Haben Sie es schon mal davon gehört? Das gibt es in der Armee, dass da das Leute... ... mit offenen Augen... Ah, okay. Jetzt gibt es das Ding. Oh, sehr, sehr. Oh, ja, okay. Den geben. Nimm's. Das war knapp. Da kamen nämlich schon eine Waffe. Du musst jetzt gucken. Okay, da steht gerade einer von deiner Zelle. Ich weiß. Ich seh deinen Screen auch. Okay, ne, mach lieber nicht. Der steht direkt vor meiner Zelle. Das hört der. Ja, und? Er kommt zurück. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf. Da kommt der andere von rechts. Ja, ja, ich seh's. Keine Sorge. Lass mal lieber. Hey, Guard. Was willst du? Ich will eine Frage fragen. Was jetzt? Ähm, wie viel hast du eine Stunde? Als Garten? Mehr als du... Zuck, ich will mal abbrechen, 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 schnell. Er kommt. Mein Gott. Verdammt. Was? So langsam? So schnell konnte ich nicht abbrechen. Ja. Bin ich mit ihm rede. Oder? Ja. 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 Das war das war.